Die Band Silbermond, hier bei der Verleihung des Eugen-Boltz-Preises 2021, wird beim Balinger Marktplatz Open Air auftreten. Das Konzert findet am 23. Juli statt. Der Vorverkauf hat am Freitag begonnen. Außer Silbermond werden auch Scooter, Cool Savage und Calum Scott diesen Sommer auf dem Marktplatz in Balingen zu sehen und zu hören sein.